so hallo zum schmidt motorsport sms youtube kanal mein name ist christian hofschuster ich bin eigentlich im fahrzeugverkauf der firma kontrat schmidt tätig aber heute zeige ich euch mal mein privates projekt was auch von der firma sms stark begleitet wurde die letzten jahre und vor allem auch ausschlaggebend war dass dieses projekt etwas ausgeartet ist wenn man es mal vorsichtig so nennen darf so herzlich willkommen zum schmidt motorsport kanal heute haben wir mal ganz ein anderes thema viele wissen das gar nicht die geschichte der schmidt motorsport era war nicht nur im vw und audi sektor wir hatten ja auch schon mal andere ausflüge zu anderen marken aber es gab auch einen ausflug in die opel richtung und zwar in den jahrgängen 97 98 glaubt auch noch 99 da wurden alle stw vectras also vom super tourenwagen cup hier in karlsburg beziehungsweise damals noch in unserer ausgelagerten stelle in langen zen für alle rennteams vorbereitet das heißt die firma sms hat alle stw vectra für die anderen rennteams mit aufgebaut karosserie technisch vorbereitet die mussten dann nur noch die endabnahme vornehmen und dann die fahrzeuge halt zum einsatz bringen waren dadurch auch markensieger mit opel in der stw das müsste 97 gewesen sein und ja relativ erfolgreich auch hier unterwegs so es handelt sich hier um einen opel calibra turbo der ist bei mir im besitz seit 2003 baujahr ist 92 ich bin damit ja in der tuning szene nämlich jetzt mal so um die jahre so 2005 2006 recht viel unterwegs gewesen auf der tuning welt bodensee und wie sie alle heißen war auch sehr erfolgreich unterwegs damals mehr so auf dem pokal trip unterwegs das heißt alles musste verchromt sein alle muss golden sein und glänzen viele monitore und hi fi ausbau aber das war eher show and shine und meine vergangenheit kommt eher aus dem motorsport beziehungsweise die liebe ist zum motorsport weswegen ich das projekt komplett umkremmeln wollte und bei null angefangen habe das heißt wir haben 2006 das fahrzeug komplett zerlegt dann stand er erst mal ein paar jahre und sollte dann neu aufgebaut werden im motorsport look aber trotzdem im straßenbereich dass man so eine mischung aus tuning und motorsport bekommt der umbau ist schon schön im frontbereich markant erkennbar man hat man nicht wirklich viele serienteile wir haben eine komplett eigen gefertigte stoßstange die mittlerweile aus zwölf oder dreizehn stoßstangenteilen besteht die wir zusammengefügt haben die motorhaube alleine besteht aus acht teilen einmal aus motorhaube aus teilen der kotflügel aus eigen gebauten verbreiterungen und natürlich auch ein teil von der stoßstange von der ursprünglichen wir hier mit integriert haben und ja allein daran erkennen wir schon wie viel zeit und nerven auch in diesem projekt untergegangen sind und was auch letztendlich durch die firma sms auch erst möglich wurde der ursprüngliche plan war etwas verbreitern etwas tiefer noch und eben im motorsport trim aber wie man jetzt sehen kann ist es doch etwas ausgeartet heute wollen wir euch das projekt einfach noch mal kurz vorstellen wir werfen jetzt trotzdem aber einmal einen blick in die motorhaube hier haben wir ein 2 liter turbo motor welcher serienmäßig beim calibra mit 204 ps ab werk ausgeliefert wurde dieser hier wurde aber von der firma v max performance aus borken leistungsgesteigert ich sage jetzt mal noch nicht im high end bereich aber wir bewegen uns hier zwischen 400 und 500 ps in etwa ja wir haben hier den c20 let motor das recht beliebt und auch bekannt im tuning bereich der wird eigentlich in allen möglichen fahrzeugen mittlerweile verbaut der älteren baujahre gebaut oder verbaut wurde ab werk aber nur im calibra und auch im vectra turbo mit dem serienmotor haben wir aber nichts mehr am hut eigentlich außer vielleicht dem gehäuse die innereien wurden komplett von der firma v max überarbeitet und auch optimiert wir haben die komplette elektronik von einem 2003 astra turbo übernommen das heißt wir haben auch hier die möglichkeit das ganze per obd auszulesen und eben deutlich modernere und auch jüngere sensoren verbaut im fahrzeug haben einen großen turbolader von der firma garrett gebaut mit eigener wasserkühlung für die wastegate andere ansauchbrücke anderen ansauchtrakt also hier ist eigentlich nichts mehr original wie es auch im calibra bestellbar war ja aber mehr details werden würde jetzt den rahmen sprengen dafür sollte man wenn dann ein anderes video drehen die eigentliche idee für den umbau war deutlich dezenter also wirklich deutlich dezenter aber dadurch dass ich 2006 hier arbeiten angefangen hatte ja kam der eine kam der andere aus der langen motorsport geschichte kam natürlich viele ideen in dieses projekte mit rein und so wurde ja aus ein bisschen motorsport artig etwas motorsport unartig würde ich jetzt mal bezeichnen ausgeufert ist der ganze umbau im endeffekt mit dem bau dieser seitenkästen das war ein wunsch von mir damals weil die heutige ddm auch solche kästen fährt und mir das einfach optisch sehr gut gefallen hat nur mit diesen seitenkästen waren standard verbreitungen wie sie frei käuflich erhältlich sind leider nicht mehr ansehbar deswegen hatte ein mitarbeiter der sms welcher fit ist auf diesem kunststoffgebiet eben gesagt das machen wir komplett anders und das ist daraus geworden im heckbereich finden wir hier auf der rechten seite wo eigentlich der tankdeckel auch mit sitzt die den einfüllstutzen für die luftzufuhr wir haben eine druckluft hebeanlage verbaut auch wie es im motorsport üblich ist das heißt das fahrzeug braucht keine hebe mehr separat zum räder wechseln sondern ich gehe hier mit dem druckluft drauf das fahrzeug fährt nach oben ich kann räder wechseln abziehen fährt das fahrzeug nach unten relativ kurzfristig und schnell wir haben hier einen originalen dtm heckflügel zwar leider nicht vom opel weil diese nicht verfügbar sondern hier von einem exemplar aus dem mercedes regal aber sehr ähnlich dem opel und eben auch optisch sehr passend für dieses modell im heckbereich sehen wir auch wieder eine stoßstange die so nicht käuflich ist wir haben einmal einen teil hier aus dem tuning bereich wir haben einen teil bzw den diffuser von einem anderen tuning fahrzeug haben hier die seiten verbreiterung wie man von der firma riga erwerben kann auch und ja dann natürlich auch wieder unsere eigenbau verbreiterungen mit angefertigt die aus der einen stoßstange im endeffekt ja acht oder neun teile ergeben radtechnisch haben wir hier 18 zoll bbs verbaut und damit das nicht nur gut ausschaut sondern auch gut bremst haben wir eine brembo bremsanlage verbaut und hier kommt auch die firma sms wieder zum einsatz die bremscheiben adapter wurde nämlich hier in unserem hause gefertigt dass wir nicht ganz vom tuning bereich abgewichen sind was ja nicht so geplant war zeigen noch die türen weil hier wollte ich auf die klassischen lambodores wie man sie nennen beziehungsweise halt flügeltüren nicht verzichten im innerraum sehen wir auch dass nichts mehr dem original entspricht der komplette kabelbaum wurde von mir überarbeitet das war handarbeit von mir selbst es schaut ein bisschen chaos technisch aus aber mit dem entsprechenden armaturenbrett das hier noch fehlt im bild ist es dann alles schon ziemlich geordnet wir haben instrumente vom aus dem motorrad bereich und zusatzinstrumente aus dem tuning bereich wie man sie auch kennt beziehungsweise aus dem motorsport bereich und ja nähere infos hierzu können wir aber gerne in gesonderten videos machen wenn ihr fragen zu dem projekt habt gerne in die kommentare schreiben oder auch einfach eine mail an uns ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr unseren youtube kanal weiter abonniert und wünsche euch viel spaß bis zum nächsten mal ja oh ja ja ja